Die Mayhams? Motley Crue hätte es ohne sie nie gegeben. Das Detour haben sie mir verpasst, als ich weggetreten war. Wahnsinn! Sie gehen richtig ab! Ich war am College, als ich die Mayhams das erste Mal auf der Bühne sah. Ich wollte so sein wie Dr. Goitza. Meine ersten goldenen Grails hatte ich nur wegen ihnen. So, Kuckucka-Chu! Na ja, die Achtziger haben uns mal kurz abgelenkt. Na klar. Zwei, drei, vier! Ich bin Nora Singh, von Waxton Records. Machen wir zusammen ein Album. Das klingt nach einem Plan. Nora! Stimmt was nicht? Ich glaub, Tier fährt auf dich ab. Ich kann das nur erwidern. Ich warte schon mein ganzes Leben auf ein Album der Electric Mayhams. Endlich ist jemand da, der sich drum kümmert. Okay, da seid ihr. Wie Wilhelm. Sehr gut, Tier. Mit dem alten Kram kennen wir uns aus. Und ihr dafür mit dem neuen. Wie wär's mit einer Kollaboration? Ich denke, Tier ist bereit, die Schlagzeugspur einzuspielen. Das war perfekt. Was? Ich glaub nicht, dass das wirklich ihr Ding ist. Mir wird zu heiß, ich kipp gleich um. Seid ihr zufrieden? Ja, ja, ja. Wir haben's geschafft. Bitte, zufrieden. Sie sind immer zufrieden. Ja. Pass auf. Leute, ich hab ne Gabel. Ja. Warte, warte, warte. Du hast es geschafft. Du hast uns eine Welt gezeigt, jenseits der Mayhams. Tick, 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 Tock. Das geht viral. Alle wollen da hin. Mit nur einem Tweet habt ihr die gesamte Musikbranche niedergetrappelt. Daraus kannst du Gift nehmen. Ja, das sind wir. Oh, sie haben die Tür. Oh mein Gott. Ich mag die Show. Schön dramatisch. Besinnen wir uns auf die Wurzeln. So läuft es am besten. Und ich bin bereit dafür. Und wir sind bereit, das mit dir zu rocken. Wir gonna rock! Willkommen bei den Mayhams. Wir sind mehr als nur eine Band. Wir sind deine Familie. Nora. Electric Mayhem. Ist das ein Staubsauger? Dankeschön. Verrückter als das wird's nicht mehr, oder? Ja, fast. Seht ihr diese Kamera? Guckt niemals in die Kamera. Action. Das ist mal ein Cliffhanger. Disney Plus wird es lieben.